Das war vielleicht... Ah, okay, dann krieg ich den anderen... Dann krieg ich den Ball da kaputt, wahrscheinlich. Okay, wir versuchen das nochmal, gleich nochmal. Ja, okay. Komm eigentlich hier hinten noch. Abgesucht von Herzlosen. Na komm. Nur... ...was zu essen. Wow. Voll gelohnt, dahin zu gehen. Nicht. Jump, jump. Huch, das wollte ich... Ja, okay. Nee, ich bin nicht ganz unten. Ich fände jetzt auch ein bisschen frech, wenn es gewesen wäre. Ja. Das wollte ich eigentlich. Das musst du so langsam gehen, Sora. Lass noch mal durch die Miene durch. Du hu. Ach ja. Das hat schön. So. So. Dann wird er hoch. Und nochmal da hoch. Und nochmal da hoch. Ja, dann auf. Dankeschön. Und das geht hier noch mal raus. Jups. So. Dann da wieder hoch. Und das geht mal weiter. Fortschätzt nochmal runterfalle. nicht so lust zu wildblumen lichter jetzt weiß ich mit denen ist Wo ist sie denn? Da drüben! Ja sicher da hat Ja Gib mir Mühe So Schön dass wir jetzt weiter können interessante quest um gotts willen oder aufgabe muss jetzt auch nicht immer sein Ne? So Okay Ich hätte jetzt mit gerechnet Die wiederholen ich ja gar nicht Ach die Stadt Ich kann sie finden Danke Ich kann sie finden Danke Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 riesige stadt herr und ich musste mal durch was führt bis zum leuchtturm als hauen wenn ich will und ich kann hier hoch ah, guck mal rein nach schau zack so, wir sind zurücklaufen sieht schon schön aus, momentan spiele ich nur schöne spiele, finde ich gut so, dann können wir hier hoch wie kann pens hier quatschen wenn der nimmer hier ist wo sind die denn eigentlich immer ich bin blind bei sowas da ja jawoll ja, ok wirst 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 Es ist die letzte Prinzessin. Komm schon, alle! Komm mit uns! Ach, komm. Das ist ja wohl ein Scherz. Ich will sie, um da das Zug aufzufüllen. Scheitern stampfen. Okay, wow. Oh, nein. Okay. What the damn? Okay. Okay. ja ich versuch ok konzentrieren wo was kommt das habe ich gerade gelesen gehabt was ist abgelenkt ja das hat tausend mal halt selber das große finale ok was geht noch weiter wo wo es ist was schneller hier was wo sind sie da was nicht mal durch hier ach so jetzt wieder dreieck what the fuck ok jetzt war es raus Hilfe ich habe mich aus einer Fenster für 18 Jahre ich habe mich über was es fühlt sich an, wenn die Lichter auf den Himmel was, wenn es nicht alles, was ich dachte, wäre es? Es wird sein. Und was wenn es ist? Was machen wir dann? Das ist die gute Sache, glaube ich. Du hast einen neuen Traum gefunden. Was haben Sie einen neuen Traum? Oh, aus. Untertitelung des ZDF, 2020 I have something for you, too. I should have given it to you before, but I was just scared. And the thing is, I'm not scared anymore. You know what I mean? I'm starting to. I'm not scared anymore. I'm sorry. Everything is fine. There's just something I have to take care of. Okay. I'll be right back. It's all right, Pascal. Wow! Wow! Could you guys have possibly picked a worse time? I don't think they appreciate the moment, Sora. It's time for these wet blankets to go. So is it. I don't know. I don't know. I don't know.